Ach, echt. Hab ich noch gar nicht mitbekommen. Was schießt der da? Keine Ahnung, aber es sieht interessant aus. Und ich brauch da oben mal ein Baufahrzeug, ein Baufahrzeug. Gruppe 1 steht mal wieder dumm da rum, die Hälfte und macht nichts. Warum? Weil ich sie da hinbefohlen hab. Ach, bin ich dämlich. Äh, und Commander-Menü? Oh, interessant. Und ich hab auch gelesen, dass man mehr Erfahrung kriegt. Was hat er jetzt gesagt? Keine Ahnung. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, dass man mehr Erfahrung kriegt, wenn man die Einheiten an einem Commander zuweist. Und vielleicht soll ich den Punkt da mal woanders hinsetzen, der ist. Ah, okay. Vorrückender feindlicher Transport. Und da hin. Und was? Wo? Schon wieder? Ach, komm. Oh, das sind doch eh noch so komische Cyborgs. Oder... Cyborgs? Ja, Cyborgs. Ach, ja. So jämmerliche Kreaturen halt, die nix können. Komm, ihr habt's doch eh nicht drauf. Okay, Moment, das ist drei. Zugewiesen an Commander. Und die fahren da jetzt mit, die mit, oder wie? Komm, wir drei, meldet. Ach, machen wir einfach mal so. Fahren die dem jetzt hinterher, oder? Hm, keine Ahnung. Ah, ja, okay, die fahren dem hinterher. Und da kann ich dann einstellen. Ah, alles klar. Glaube ich. Alle Klarheiten beseitigt. Einwandfrei, kann's weitergehen. Äh, äh, Moment, hast du jetzt fertig repariert? Ja, gut. Äh, scheiße. Oh, ich mach da jetzt einfach wegen mal anderen Einheiten. Es ist mir egal, ob die da verheizt werden, oder... Was juckt's mich? Ich hab doch genug. Okay, wir bauen noch so einen Commander, und dann bauen wir noch, 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 drei, nein, Moment, bauen wir noch drei Länze, drei mittlere Geschütze, wenn wir's können, noch zwei, drei Punkbusters hab ich gerade gemacht, mein, macht, meint, meint, macht, macht, hä? Noch einer, oh, hush! Nein, Moment, das ist ja, das sind gar nicht mehr Reparatureinheit. Gebäude wird angegriffen. Was? Wo? Wann? Wie? Hä? Oh, da sind nur Geschütze drauf. Oh. Äh, ich brauch mehr Einheiten. Seid ihr da oben fertig? Gut, runter wieder. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Oh, ich brauch mehr Einheiten. Ich brauch... Gebäude wird angegriffen. Und die guten 300 PS Motoren. Fünf, sechs, sieben, sind alles schlecht. Oder Flugzeuge, oder, 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 oder Atomraketen, irgendwas. Gleich kommen wieder Einheiten, die mit erreicht. Äh, wo ist jetzt der neue... Nein? Nein? Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Ah, ha, ha, ha. Nummer zwei? Egal, wir schicken den, den schicken wir... Vorrückender, feindlicher Transport. Da hin. Gruppe zwei, meldet. Ah, ja, die muss ich alle noch zwei zuweisen. Ah, ha, ha. Oh, nein. Gruppe vier, meldet. Warum hab ich das... Warum hab ich das... Boah, ich hätte es besser sichern müssen. Okay, ab sofort besser sichern. Kommt, bewegt euch. Äh... Brauche ich da noch irgendwas? Nee. Der Punkt ist aber der Scheiße jetzt da. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Gebäude wird angegriffen. Huh, nein. Ah, ich scheiße. Was? Nein! Scheiße. Bewegt euch mal ein wenig schneller. Komm. Oh. Sie greifen mit Flammenwürfen an, verdammt. Ich bin gegen Mauern. Das sind Mauern. Was soll der Scheiß? Das sind nur verfickte Flammenwürfe. Was soll die irgendeine Stahlbetonmauer machen? Wollt ihr mich verarschen? Du bist nicht umbildet. Nein, fahr da runter. Verdammt, das sind Mauern. Nein, bitte. Vorrückender, feindlicher Transport. Oh mein Gott, die können Mauern vernichten. Mit einem verfickten Flammenwerfer. Was ist das für ein Schmann? Und das mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Nein. Oh, sei denn der hat im G oder? Ne, was haben die? Die Geschütze? Keine Ahnung, was die da jetzt haben. Und was ist das? Ach, mein Sensor, doch. Der lebt noch. Gut, was soll den kaputt machen, ne? Gruppe 3, meldet. Nein, du solltest eigentlich nicht dazu gehören. Gruppe 3, meldet. Warum bist du auch drei? Keine Ahnung. Egal, ich muss meine... Der Beude wird angegriffen. Was? Oh, wann, wie, hä? Ach, das Ding. Ach, das Ding können sie meine Wege ein Ei reißen. Gruppe 1, meldet. Und wo ist mein Commander? Gruppe 2, meldet. Äh, äh, scheiße. Wo ist der? Ah, da, da, da kommt er, ja. Da kommt er. Äh, wir weisen die alle jetzt... 1 zu und dann alle die... Zugewiesen an Commander. So, du bist jetzt 1. 2, meldet. Wie, ich kann dem nur 6 Einheiten zuweisen? Ach, sagen wir das, wenn ihr mich verarschen wollt. Wie nutzlos ist das denn? Na, geil. Wie schwachsinnig ist das denn? Wie kann ich den wieder wegweisen? Äh, wegweisen, ja. Vorrückender, feindlicher Transport. Oh, geil, ja. Okay, ihr fahrt... Da ist auch noch... Oh, da sind auch noch Geschütze drauf. Und auf und auf. Fuck, 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 fuck. Okay, okay, jetzt seid jetzt alle 1. Moment mal, du bist doch... Okay, ich bau keine Commanders mehr. Verdammt, warum kann man nur noch 6 Einheiten bauen? Äh, bauen, ja. Zuweisen. Fickte Scheiße. Das ist doch totale... Hä? Ach ja, da muss man einfach nur draufklicken, ich Idiot. Ich bin so schlau. Oh, das läuft ja schon wieder super, komm. Wie kann ich die wieder abweisen oder halt... Wegweisen und... Ah, fahr da runter. Nicht du. Ich muss mich jetzt 1 von den auswählen. Na gut, dann nehme ich die mit... Angegriffen. Oh. Fantastisch. Geil, ja. Hier mich auch. Drei davon. Ah. Drei davon. Wo fahrt ihr denn rum? Schnauze. Hier gibt's keinen Feind. Nix wo. Und ach du Scheiße. Hallo. Geile Scheiße. Okay. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Das geht noch. Wir brauchen, wir brauchen... Oh, Lancer, komm. Baut Lancer. Und drei. Drei hält er oben die Stellung. Produktion abgeschlossen. Oh, Scheiße. Scheiße. Okay. Hat keiner gesehen. Keiner hat das gesehen, was eben passiert ist. Was steht hier rum? Oh, schau doch irgendwie den Feind zu. Ja, geil. Ah, okay. Da ist... Gebäude wird angegriffen. Ach, ja, richtig. Das wohl ich auch noch... Ja, kommt mal rauf da. Was macht Grube 4? Fahr da mal weg. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Ich mag die Mission... Wie, was? Ich kann was erforschen? Cool. Erforscht was. Ja, ich hab mitbekommen, dass da Feind hier... Angegriffen. Produktion abgeschlossen. Ah, blockiert euch halt noch mehr. Hopp, fahr da weg. Ich will da noch einen Turm bauen. Kleckern statt klotzen. Oh, die Hälfte von einem steht wieder in der Gegend rum. Ich werde noch wahnsinnig... Bewegt. Ja, kann ich noch mehr vor... Ach, du sch... Klammwerfer Cyborg. Schwert geschützt. Produktion abgeschlossen. Gebäude wird angegriffen. Ich hab gesagt... Schweres Geschütz. Was ist das? Lancer Cyborg. Nehme ich mit. Was ist das? Was ist das? Micheling-Gerufe Cyborgs. Okay. Und... Ach du Scheiße. Ich glaube, das habe ich heute schon mal gesagt, ne? Ja, egal. Eimer ist gut, hä? Oh, was macht ihr Schönes? Oh ja, geil. Geile Wegfindung. Also richtig... Boah, wer hat denn die Wegfindung gebaut? Grundlagenforschung abgeschlossen. Sollte man dafür bestrafen? Und apropos... Abreißen, abreißen. Reiß die Mauer ab. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Grundlagenforschung abgeschlossen. Stattdessen wollen wir einen Raketenturm besitzen haben. Äh, was? Forschung abgeschlossen? Hä? Moment, Forschung. Wir haben eine Forschung. Fahrzeugforschung abgeschlossen. Bewaffnet bis Cyborg-Maschinengewehr. Wuhu, klingt bedrohlich. Ja, Flammenwerfer, okay. Ja, kennen wir schon. Yeah, Lenser an die Panzerrakete. Tauchen die Typen was? Äh. Ach so. Das kann ich nicht einstellen, oder? Nee. Nein. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Das löschen wir wieder. Tschüss. Habe ich nicht irgendwie schwer. Was habe ich noch vor? Schweres Geschütz? Ah ja, richtig.